So, liebe Freunde der Nachrichten, wir sind hier bei GTA 5 in der Mission Michael und sein Tennislehrer. Ich heiße dich herzlich willkommen hier auf dem Kanal von mir, Onkel Poppy, und wir legen einfach mal los, nachdem wir in der vorletzten Folge das hier verkackt haben. Machen wir das jetzt nochmal richtig. Also eins muss ich ja echt mal sagen, die Nummer mit dem, mit den Haaren, die ist natürlich schon echt geil. So, ich weiß ja jetzt, dass es hier oben lang geht und nicht da unten. Äh, diesmal packen wir uns den. Man kennt ja die Strecke so einigermaßen jetzt. Und deswegen denke ich mal, es ist einfacher, dem zu folgen auf jeden Fall. Dem alten Schwedenöder hier. Boah, aber nach wie vor ist die Kerre Scheiße zu steuern. Ist und bleibt einfach so. Wow. Und wenn man Gegenverkehr hat, erst recht, läuft bei dir. Mal hin. Ja, wir sind ja dabei. Ich komme ja den alten Schlappsack. Den kreien wir uns jetzt. Wobei, Tennislehrer, Alter, das wäre glaube ich auch so ein geiler Job für mich. Ich kann zwar kein Tennis spielen, aber... Aha, siehste? Gucke, wir verlieren den so oder so. Also du hast eh gar keine Chance, den aufzuspüren. Okay. Leuchtet ein, leuchtet ein. Also ich habe jetzt den Story-Modus nicht so wirklich verfolgt. Sondern mehr oder weniger die GTA Online-Geschichten der einzelnen Let's Player. Ja, du mich auch, du Wies. Die Schichten können wir schon, wir steigen einfach mal aus hier, komm her. Ja, da ist ein Winch in der Back of the Truck. Tie the Cable to one of those Supports up there. You finna pull this deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Ja, whatever. Ich hab dir gesagt, ich habe die Session gemacht, Mann. Aber da waren viele Sessionen, Mann. Ich denke, du warst mehr als nur die Backhand. Mann, die Backhand hat einen langen Weg gebracht, Mann. Aber manchmal muss es werden besser werden, um es besser zu werden. Ja, vielleicht sollte ich da und practice meine Backhand auf deinem Gesicht machen. Mann, Mann, deine Negative-Energie ist wirklich schmerzend zu mir. Oh, ich hoffe, es ist, Mann. Wir sind auf, Mann. Sie kommen in meine Haus, nehmen meine Geld, und schnappen meine Frau? Sind Sie schuldigst du mir? Ich werde meine Hande auf und sagen, das war nicht cool, Mann. Mein Schmerz. Sehr gut. Wie magnanimous. Kann ich bitte geben Sie meine Applaus? Du schuldigst du schuldigst! Mann, Mann! Wir sehen uns wie du magst, wenn jemand mit deinem Scheiß. Oh, hey. Wait! Du hast die falsche Idee, Mann? So, einmal rin in die Kiste. Und jetzt wissen wir, was passiert. So, komm mal, wir fahren jetzt hier einmal ganz kräftig. Alter, der Controller ist aber auch irgendwie im E-M-E. Wollen wir so ein bisschen lenken? Ich weiß gar nicht, geht das schneller? Dass man mal so ein bisschen ruppelt. Aber es dauert, egal wie, ne? Es dauert immer gleich lang. Und kaputt. Leichtbauheld. Ja, ha, ha, ha! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him! But what's we really trying to pull that dude's house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now, ask this piece of this lesson, man. Wenn wir uns jetzt beeilen, kann man entkommen dann vielleicht den Terrorstrester von dem Fuchs? Das ruf dann, komm her. Zack, zack! Ah, scheiße. Ich dachte, wir können uns da vorher noch verstecken. Greenlight, greenlight. Okay, dann werden wir uns jetzt hier verpiezen. Oder auch nicht. Läuft. Okay. Alter, die sind ja schnell da. Okay. Dann sehen wir jetzt zu, dass wir hier irgendwie um die Runden kommen. Oh, ja, läuft, 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 läuft. Scheiße, wie war denn das, wenn wir unschaken? Ich weiß es immer nicht. Wie war denn das, wenn wir unschaken? Wir gehen hier einfach mal rein. Kommen wir da irgendwie hin? Oh, die fahren nicht hinterher. Eigentlich sollte ich ja umschalten jetzt hier. Oh, geil. Na, das war ja dann doch einfach. Eigentlich sollte man ja umschalten, aber ich bin zu blöd, das zu machen. Das habe ich auch vor lauter aufgehoben vergessen, irgendwas zu erzählen. Aber ist gar kein Thema. Hau ab. Oh. Hohen wir jetzt nach. In so ganz einfache Kiste. Weil irgendwo ist es echt anstrengend, dem Bein zuzuhören bei dem Gelabern. Entweder hört man nur Fuck oder Motherfucker oder keine Ahnung. Was ist das? Wahnsinn, was hier für geile Worte verwendet werden. Ups. Sorry, vor lauter Schreck die Stoßleine verloren. Und Manometer, hau ab. Puff. Oh, Alter, das geht ja gar nicht. Ist überhaupt kein Problem. So, komm mal, wir krabbeln jetzt rein in den gelben Kreis und dann ist die Nummer durch. H500 topped. Woo. Hey. Woo. Ups. wants for the help out there today, kid. I had no idea was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside? Sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Do you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now, maybe get him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American game and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart guy. Now, Michael, I've got a question for you. Did you prove an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't you? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuilds will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Hey, that's nice. Hey, that's full of the pits. Come on, man. Hey, am you I? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, Dollar. Fuck. Shit. Tja, die älte Lester-Schwester. Haben wir ja schon kennengelernt bei GTA Online. Und jetzt ist er eben auch hier in der Geschichte der Story drin. Oh, lecker. Und schon haben wir Lester befreit. Na dann. Mann ran an den Speck. So, wir sind mit Michael unterwegs. Wir haben... Wir haben... Wir haben noch kein L. Hier, da ist L. Guck mal, da ist Lester. Dann wollen wir da mal hineiern, wa? Zu Onkel Lester. Da brauchen wir nur irgendeinen fahrbaren Untersatz. Da ist das Auto. Dann latschen wir da nochmal rein und fahren nochmal zu Onkel Lester hin, bevor wir dann in die nächste Mission starten. Denn den werden wir brauchen, damit wir die Kohle kriegen, um für den Matratzenarsch... die Hürde zu bezahlen, die wir dann... Ja, klar. Ich schaue durch mein Verkaufsbuch und ich sehe nicht deinen Namen. Ja, ich bin eher ein Walk-In-Guy, Doc. Du kennst das. Walk-Ins sind mehr scherz, aber ich bin immer glücklich, um mich zu akkommodieren. Natürlich, du akkommodieren mich, solange ich Geld habe in meinem Pocken, oder? Hey, ich bin in einem schlechten Weg, Doc. Ich komme bald bald. Tja, ich habe jetzt nicht mitgelesen, was er wollte, aber es klang nach Geld. Wie es hier in diesem Spiel zuhauf um dieses Thema geht, ist schon okay. Wui! So, kommen wir ab. Attacke. Fünf Meter nach Lester. Wie lange haben wir? 1,4 Kilometer. Passt. Passt. Oh, doch, geradeaus. Okay, ich dachte, ich muss hier hoch. Es sah eben so aus, als ob er da hoch musste. Okay. Kann auch sein, dass ich einfach unfähig bin und mich getäuscht habe. Nee, ich musste da hoch. Tö, tö. Ist überhaupt gar kein Thema. Hui! So, und noch ein paar Meter. Sind wir gleich da. Wenigstens haben wir ein einigermaßen schnelles Auto und nicht so eine olle Blechkarre wie den Pickup da, ey. Alter Schwede. So, da wären wir auch schon. Bei der Lester-Schwester. Und die Lester-Schwester, die besuchen wir in der nächsten Folge. Deswegen bewerte den Part. Lass ein Abo da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und nehmen dann Los Santos auseinander. Weißt du? Machen wir. Hol ich Bruder, mach ich Blatt. In diesem Sinne. Schönen Tag noch. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.